Diese virale Holzverbindung sieht genial aus. Aber funktioniert das wirklich? Genau das teste ich für euch. Also los geht's. Als erstes ist der Zapfen dran. Dafür zeichne ich mir die Mitte an. Hier wird später das Loch gebohrt. Dann zeichne ich noch an, wo der Schlitz sitzt und anschließend die seitlichen Einkerbungen. Die entsprechen der Dicke des Gegenstückes. Nach dem Anzeichnen geht's an die Standbohrmaschine. Als erstes bohre ich das Loch mit einem Forstnerbohrer. Dann geht's ans Aussägen. Dafür nehme ich die Tischkreissäge. Hier säge ich erst den Schlitz und anschließend die Nuten. Also die seitlichen Aussparungen. Dann geht's an die Herstellung des Schlitzes. Dafür messe ich, wie groß der Schlitz sein muss und übertrage die Maße aufs Gegenstück. Den groben Teil entferne ich mit der Standbohrmaschine und arbeite den Rest mit dem Stemmeisen nach. Und so sehen die beiden Teile dann aus. Aber kann man das wirklich so einfach zusammenstecken? 3, 2, 1, klack! Genial! Das geht wirklich super einfach und sieht absolut nice aus. Oder was meint ihr?